Die Qualität der psychotherapeutischen Versorgung in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist sehr, sehr gering. Und das betrifft insbesondere auch die Qualität der Arbeit der einzelnen Therapeuten. Und das wird sich auch nicht ändern, solange die einzelnen Therapeuten keine ausreichenden monetären Anreize haben, die Qualität ihrer Arbeit oben zu halten, weil sie in irgendeiner Art und Weise die Notwendigkeit sehen würden, um ihre Klienten zu ringen, sich das Wohlwollen und das Bleiben ihrer Klienten durch gute Arbeit zu verdienen. Aktuell, das wissen wir alle, ist es doch vielmehr so, dass die Klienten, die um Hilfe durch psychotherapeutische Intervention betteln, bei den Therapeuten Schlange stehen. Und das führt dazu, dass Therapeuten die Möglichkeit haben, sich ihre Klienten auszusuchen, Cherrypicking zu betreiben. Und das führt dazu, zum einen, dass die Qualität der psychotherapeutischen Arbeit schleichend immer weiter sinkt und zum anderen, dass gerade schwierigen Patienten, welche schon einen schwierigen und holprigen Lebensweg hinter sich haben, immer und immer wieder durch dieses psychotherapeutische System hindurchfallen werden. Ich gebe dazu ein Beispiel. Ein Patient kommt zur Therapeutin zur Probesitzung und schildert, wissen Sie, ich habe in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen im Ärzte- und Therapeutensystem gemacht. Deswegen gebe ich zu, Angst zu haben vor weiterer psychotherapeutischer Fehlbehandlung. Diese vertrauensvolle Offenbarung des Patienten führt dazu, dass er bei seiner neuen Psychotherapeutin im Vorhinein abgelehnt wird. Mit der Begründung, die Therapeutin würde bezweifeln, dass Mangelsvertrauen des Patienten in die Therapeutin die Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit gegeben sei. Das ist aber natürlich ein unglaublicher Zirkelschluss, denn somit ist natürlich dem Patienten eine korrigierende Erfahrung durch Therapie, durch die gute in Häkchen Therapeutin verwehrt. Der Therapeut lässt seinen Klienten hängen. Das wird nur dadurch möglich, dass der Therapeut die Möglichkeit hat, seinen Klienten hängen zu lassen, weil andere Klienten Schlange stehen. Ein weiteres Beispiel. Ein Patient kommt zur Therapeutin und klagt. Er fühle sich durch das gesellschaftliche System stigmatisiert und ausgegrenzt. Er würde ein ganz, ganz großes Unrecht empfinden, wenn er auf Politik und Gesellschaft schaut. Er würde Mobbing auf der Arbeit erfahren. Er würde Sozialhilfe beziehen. Diese Sozialhilfe würde aber gleichzeitig zum Leben nicht reichen. Er würde psychisches Leid empfinden durch das System. Die Therapeutin oder der Therapeut, wie auch immer, lehnt den Patienten ab mit der Begründung, nun, wenn sie die Konflikte im System sehen, dann sehe ich keine Grundlage für eine psychotherapeutische Zusammenarbeit, wenn sie nicht bereit sind, an sich selber zu arbeiten. Denn das System können wir nicht therapieren. Das stimmt natürlich. Aber was sagt denn dieses System? Das System, wenn psychisches Leid besteht, wird genau diesen Patienten wieder zur Psychotherapie schicken. Können wir von einer guten psychotherapeutischen Intervention nicht erwarten, dass zusammen mit dem Klienten eine Lösungsstrategie für das Leid, das empfundene Leid beim Klienten entwickelt wird, wenn auch das Leid durch das System ausgelöst wird? Ist das nicht umso mehr zu erwarten, als ja dieses System den leidenden Menschen zu einem Psychotherapeuten aufgrund seiner psychischen Leiden schicken würde? und dieser Psychotherapeut zumindestens, wenn er durch Kassengelder finanziert wird, Teil dieses Systems ist, mehr oder weniger ein semi-offizieller Vertreter genau dieses Systems ist, können wir dann nicht erwarten, dass dieser Therapeut die Ausdauer und die Kompetenz mitbringt, diesen Patienten, diesen Klienten zu helfen. Ich persönlich finde, das sollte so sein. Wir wissen aber natürlich aus der Praxis, dass dem leider in vielen Fällen nicht so ist. Und aus genau diesem Grund kann ich persönlich, so gerne ich das auch würde, die pauschale Empfehlung, sich bei psychischen Leiden Hilfe bei einem Therapeuten zu suchen, nicht mehr aussprechen. Diese Therapeutensuche, einen geeigneten Therapeuten zu suchen, gleicht nämlich der Suche der Nadel im Heuhaufen. Und ich bezweifle inzwischen, dass es diesen Aufwand wert ist. Zumal natürlich bei jeder psychotherapeutischen Intervention auch immer das Risiko für Viktimisierung gegeben ist, für Therapeutenmissbrauch oder auch nur unerwünschte schädigende Einflüsse, die sich aus der Therapie selbst ergeben. Und das ist durch Studien gut belegt. Hier blende ich euch zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2005 ein, welche gefunden hat, dass in 8% der Fälle es zu unerwünschten, negativen, schädigenden Begleiteffekten durch die therapeutische Intervention beim Patienten kommt. Das wäre nicht so schlimm, wenn erstens die Therapeuten wirklich ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen würden, ihre Patienten über mögliche schädigende Einflüsse durch die Therapie aufzuklären, was die allerwenigsten tun. Und wenn nicht, das hat man in derselben Studie herausgefunden, die Therapeuten selbst, diese schädigenden Einflüsse nur mit einer Häufigkeit von 0,5% beziffern würden. Das bedeutet, dass Psychotherapeuten die Qualität ihrer eigenen Arbeit systematisch überschätzen. Und die Abwehrhaltung, die Uneinsicht der meisten Therapeuten im Hinblick auf dieses Problem ist sehr, sehr hoch. Ja, und das alles lässt mich wirklich mehr und mehr am ganzen System Psychotherapie zweifeln. Trotzdem ist dieses Video kein Psychotherapeuten-Bashing. Ich weiß, dass es hervorragende, ausgezeichnete, engagierte und mit Herzblut bei der Sache seine Therapeuten gibt. Und ich weiß, dass vielen Menschen durch Psychotherapie auch enorm geholfen wurde und auch weiterhin enorm geholfen wird. Allerdings befürchte ich, dass der Großteil aller Psychotherapeuten sich im Windschatten dieser Positivbeispiele für Therapie ausruhen und es sich selber sehr, sehr einfach machen. Dass sie die großartige Arbeit einiger weniger Therapeuten als Beweis dafür nehmen, dass Psychotherapie wirksam ist. Gleichzeitig allerdings selber viel weniger engagiert sind und eine psychotherapeutische Arbeit mit sehr viel weniger Qualität durchführen, als es eben diese großen Vorbilder tun. Und das, ich sage es nochmal, dieser Missstand kann meiner persönlichen Meinung nach nur dann behoben werden, wenn es überhaupt finanzielle Anreize dafür gibt, die eigene Qualität der Arbeit hochzuhalten. Und das wiederum geht nur dann, wenn nicht unzählige Klienten, Patienten, wie auch immer wir sie nennen wollen, bei wenigen Psychotherapeuten Schlange stehen und diese Cherrypicking betreiben können. Ja, schreibt gerne eure Erfahrungen mit Psychotherapie in die Kommentare. Sowohl die guten, ich weiß, dass viele meiner Zuschauer ganz, ganz gute Erfahrungen mit Psychotherapie gemacht haben und ihr Psychotherapeut ihnen massiv weitergeholfen hat. Ich weiß aber auch, dass bei anderen Zuschauern wiederum der Frust und die Enttäuschung über das psychotherapeutische System sehr, sehr groß ist. Ich bin gespannt, eure Kommentare zu lesen. Schreibt fair, seid wohlwollend, seid möglichst neutral, ausgleichend, aber seid genauso ehrlich. Ich bedanke mich wie immer für eure Zeit, die ihr in dieses Video und somit auch in meine Person investiert habt. Wenn ihr mich um dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne Kanalmitglied. Ansonsten abonniert gerne diesen Kanal und ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.